Du musst Tore schießen, dann kannst du keine Spiele gewinnen und das ist gerade sicherlich unser Manko, unser Problem. Deswegen war noch der Treffer von Vedat kurz vor Schluss, war natürlich für uns jetzt, für das Rückspiel lebensnotwendig. Wollten wir ja heute eine gute Ausgangsposition schaffen, das haben wir nicht hinbekommen. Zum einen das altbekannte Lied leider, wir haben unsere Chancen nicht gemacht in der zweiten Halbzeit, hat man es glaube ich ganz gut im Griff, kriegen dann aus zwei Chancen zwei Tore. Das ist momentan ein absolutes Manko, wir sind noch in einem Negativlauf drin, keine Frage und den gilt schleunigst zu stoppen. Wenn wir nächste Woche in Stuttgart einen heißen Tanz haben, das ist ganz klar, aber vom eigenen Publikum, von den eigenen Fans erwarte ich dann schon, dass wir weiterkommen und das muss das Ziel sein, das ist ganz klar. Ohne Wenn und Aber, ein Ausscheiden wäre in unserer Situation sicherlich nicht gut.